Ich finde diese Methode echt gut, also die gefällt mir voll. Also ich fand es sehr schön, diese Austausch, was ich jetzt hatte. Und ich fand es auch sehr berührend, auch was bei meinen Gegenüber eigentlich rauskam, bei der Akasha-Kundik. Ich finde diese Methode echt gut, also die gefällt mir voll. Also ich hatte bei meinen Einteilen, ich hatte da ein bisschen Probleme zu erkennen, hatte ich so ein Gefühl, die Anteile, aber mein Gegenüber hat mir geholfen. Und dann haben sie das auf jeden Fall rausbekommen, aber ich fand es echt schön. Sehr schön, das freut mich. Danke, meine Liebe.